Hallo Erdlinge. Ich habe diesen Kanal übernommen. Knie nieder vor mir, mohahaha. Ja, seid grüßen, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodom zu einem neuen Part. Ähm, Animal Crossing New Leaf mit dem Zwergenfürst. Ja, heute werde ich hier ein bisschen aufräumen von dem Adventskalender. So lange haben wir das nicht mehr gespielt. Ja, auch privat nicht. Wow, es sind viele neue Früchte gewachsen. Die habe ich mal geschenkt bekommen von einer anderen Insel. Ich glaube, das habt ihr so gesehen im Adventskalender. Wenn ich mich komplett irre. Ja, und ich werde währenddessen ein paar Fragen, ein paar random Fragen von AskFM beantworten. Vielleicht interessiert es euch ja. Vielleicht interessiert euch auch das Spiel Animal Crossing. Dann könnt ihr deshalb dranbleiben. So. Auf jeden Fall habt ihr jetzt heute was zu gucken oder zu hören. Nach dem, was euch interessiert. Ich beginne mal mit der ersten Frage. Die Frage des Tages. Ganz interessant. Welche ist deine Lieblingsfrühlingsblume? Oha. Passt ja. Ganz schön zur Natur hier. Meine Lieblingsfrühlingsblume. Mist. Ich kenne mich jetzt nicht so gut in Botanik aus. Also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, was jetzt... Oha. Verzeiht es mir also, wenn ich jetzt eine Herbstblume sage oder sowas oder sonst was irgendwie. Eine Tulpe. Also ich weiß nicht, ob jetzt Tulpe eine Frühlingsblume ist. Ich denke schon. Und wenn, dann ist es eine Tulpe. Also Tulpe finde ich schon sehr schön. Hübsch. Rose mag ich eigentlich nicht so sehr. Also Tulpe. Ist eigentlich mein Favorit von allen Blumen sowieso. Auch wenn es ein Spätblüher oder ein Sommerblüher oder sowas ist. Jaaah. Ich bin nicht so Natur-Freak. Denn was wirst du niemals wieder tun? Oh. Schwer zu sagen. Ähm. Es gibt eigentlich vieles, was ich gerne wieder tun würde. Und eigentlich nichts, was ich nie wieder tun würde. Ähm. Die Sommertour 2016. Die werde ich in dieser Weise nicht wieder machen. Das war chaotisch und absolut sinnfrei. Und vielleicht werde ich es dieses Jahr auch wieder machen. Aber nicht in dieser Art und Weise. In einer anderen vielleicht. auch in einer etwas leichteren Variante. Also das zu der Frage. Ansonsten wüsste ich nichts. Jaaah. Ich sammle hier ein paar Äpfel ein. Während ich die nächste Frage beantworte. Träumst du manchmal davon, bei einer Lotterie zu gewinnen? Was würdest du tun mit einer Million? Oha. Die Fragen übertreffen sich aneinander. Hm. Ich würde mir als allererstes mal ordentliches, richtig sauteures YouTube-Zeugs kaufen. Also ne Softboxen, ne richtig geile WeDoc-Kamera, ne gut, die teuersten PC überhaupt und ein Aufnahmeprogramm, ne Legato oder sowas ähnliches. Und so weiter und so fort. Wenn da noch Geld übrig ist, würde ich mir erstmal ne Nintendo Switch kaufen. Die ist ja auch unglaublich teuer. Dann kann ich auch noch ein bisschen Geld von abzweigen. Zur ersten Frage. Ja, gewissermaßen habe ich davon schon mal geträumt. Ich träume von vielem. Der Beutel ist voll. Davon habe ich noch nie geträumt, dass der Beutel voll ist. So. Und dann mal gucken. Ein paar hundert Spiele. Das geht auch schon fast alle. Welche Länder hast du schon besucht? Da ist zum einen Tschechien. In Tschechien war ich schon. In Griechenland war ich auch schon mit der Klasse. Hauptsächlich Klassenfahrten, die wir gemacht haben. Da war ich schon. In Griechenland, Tschechien. Ich glaube in Polen war ich mal mit der Familie. In Litauen bin ich immer gern in Urlaub gefahren mit der Familie. In Holland war ich auch schon. In Niederlanden. Oh, das war es so. Und in Deutschland halt. Tschechien, Griechenland, Niederlande. Polen, Litauen. Ansonsten bin ich noch nicht sehr weit gekommen. Dann gibt es sich vielleicht irgendwann noch. So. Ich muss mal die Zeugs hier zum Händler bringen. So. Das war es erstmal mit den Ländern. So weit bin ich noch nicht gereist. Durch Deutschland bin ich schon. Vielleicht in Köln war ich schon mal. In anderen Ländern. Berlin und so was. Das habt ihr ja alles gesehen. Wo war ich noch in Deutschland. Frankfurt. Und so weiter. Und die großen Städte halt. Die habe ich alle schon. Halbwegs gesehen mal. Und durchfliegen. Nicht durchfliegen. Aber auf der Durchreise bin ich da mal. Überall mal. Irgendwie. Gewesen. In Deutschland. Nicht überall. In Bayern und so. Weil ich noch nichts dort unten. Aber so in Sachsen, Anhalt und Umgebung bin ich schon gewesen. Vor allem auf der Sommernatur. Da bin ich sehr weit gekommen. Das war eigentlich ein Geschenk. Diese Idee. Nächste Frage. Welche Eigenschaft hättest du lieber. Jede Sprache fließend zu beherrschen. Und damit es Tieren sprechen zu können. Auf jeden Fall. Ich muss da nicht lange überlegen. Sprachen sind sowieso was Schönes. Ich habe nur nicht so die Stärke. Also ich bin in den Sprachen. Englisch und Russisch. Die ich in der Schule habe. Da fühle ich mich nicht so leicht. Da muss ich leider zugeben. Oh hier liegt eine dieses Rum draußen. Das wäre schon schön. Was steht hier? Jede Sprache. Das wäre schön. In jedes Land zu kommen. Ich muss mal die Weihnachtsdeko aufräumen. Das wäre schon praktisch. Ist mittlerweile Weihnachten schon vorüber. In jedes Land zu kommen. Und sich dort zurecht zu finden. Das wäre nice. Das wäre schön. Hier habe ich eine Überwachungskamera über die Toilette gehängt. Schwingt dich auch niemals dazu bei mir auf Toilette zu gehen. Ach ja, ich und mein Humor. Ja, die Frage wer beantwortet. Wie schaut dein Traumhaus aus? Naja, das Ding hier, was ich gerade habe, hier in Animal Crossing, das kommt dem schon ziemlich nah, muss ich so sagen, in meinem Traumhaus, in den Spindräumen, das ist schon, na, würde ich gern drin wohnen, kann man machen, wenn man einen Tannenbaum verstaut, der muss auch langsam aus dem Haus raus, so, hätten wir, mit Keller und Obergeschoss, so ungefähr, was stürzt dich am meisten an einem engen Freund, welche Freunde, ne Spaß, ich meine die Freunde, die ich habe, stört mich eigentlich relativ wenig, meine, so wählerisch wie ich bin, die Leute, mit denen ich zurechtkomme, mit denen ich mich beschäftige, die sind auch ganz in Ordnung, da gibt es jetzt nichts dran zu mäkeln, also die Leute, an denen ich was zu mäkeln hätte, die sind halt nicht meine Freunde, die haben auch an mir was zu ekeln, wenn ihr es versteht, wenn ihr es versteht, was ich meine, so läuft das halt bei mir. Also, wirst du dir irgendwann einmal ein Piercing machen lassen, wenn ja, wo? Ganz klare Antwort, nein, 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 absolut nein, ich werde mir kein Piercing machen, warum stehen hier noch Tannenbäume? Bin ich einfach straight dagegen, halte ich nicht sehr viel davon, es gefällt mir nicht sehr, ja, der Club ist noch leer, ist noch nicht, spielt hier noch zur Rockparty, ja, halte sich nicht für angebrachten Piercing machen zu lassen, ich habe keins, werde auch in Zukunft mir keins machen lassen, kommen wir zur nächsten Frage, welches Buch sollte man deiner Meinung nach unbedingt gelesen haben? Herr der Ringe, unbedingt, Herr der Ringe, alle drei Bücher, kann ich als Zwergfürst nur empfehlen, und dann der Hobbit, ansonsten Tribut von Panem, das sind auch gute Bücher, kann man gut vergleichen mit den Filmen, mit den Filmen, ja, Bücher, die schon verfilmt wurden, die sind eigentlich immer sehr empfehlenswert zu lesen, oh, eine VR Brille, Cyberhelm, kommen bald wieder, ja, neue Frisur schneiden, machen wir auch nochmal, die aktuelle sieht glaube ich, fällt sehr falsch aus, kommen wir noch einmal am Tag, ja, das zum Buch, also, Planhalter durch die Galaxis, das wurde nie verfilmt, aber ist trotzdem ein sehr gutes Buch, eine Buchreihe, sechs sind es glaube ich, die es schon gibt, Planhalter von Douglas Adams, kann ich nur empfehlen, wirklich wunderschön, für alle Sci-Fi Fans, oh, naja, so sieht meine aktuelle aus, das darf so nicht bleiben, ich nehme mal was mittiges, so ein klassischer Messer, so, wem hast du als letztes ein geschenk gekauft. Ich glaube, das müsste mein Vater gewesen sein. Der hatte letztens Geburtstag. Im Februar. Ja. Ganz schlicht. Was ist dein Lieblings- Mem? Mem? Da steht M-I-M. Was ist ein Mem? Vielleicht schreibt ihr es mir in die Kommentare. Damit ich weiß, was ein Mem ist. Es könnte alternativ ein Meme sein, aber ein Meme wird anders geschrieben. Das wird ganz bestimmt anders geschrieben. Würdest du dich selber klonen lassen? Ich würde sagen, nein. So gut. So, jetzt werde ich gestylt. Mal gucken, was rauskommt. Ich weiß nicht, was ich geklickt habe. Wird auf jeden Fall komisch. Ach du Scheiße. Was ist denn da passiert? Alter Schwede. Worauf freust du dich auf morgen? Auf die herauskommen auf das herauskommen dieses Videos? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, der Part ist glaube ich schon lang genug. Ich werde ihn vermutlich irgendwie zurechtgeschnitten haben. Weil das scheint jetzt hier schon sehr lange zu sein. Ich habe jetzt hier viele Fragen beantwortet. So kurz kann der Part nicht sein. So, ich hoffe euch hat es gefallen. Auf jeden Fall ein Dörbchen nach oben. Sollte es euch gefallen haben. Sollte es euch gefallen haben. Sollte es der Fall sein. Lasst ein Abo da, falls ihr einen weiteren Part von Fragen mit Zwergenfürst und irgendeiner anderen Art und Weise sehen wollt. Ich wollte mal sagen, schreibt mir mal die Kommentare, ob ihr das mal öfter sehen wollt, ob ihr mal ein FAQ in dieser Art und Weise haben wollt. Schreibt mir eure Fragen mal in die Kommentare, die ich in so einem Video beantworten könnte und die euch interessieren von mir aus. Ansonsten, gehabt euch wohl. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Abend und man sieht sich in einem anderen Video. Oh, eine Funksache. Oh kacke, das mag ich nie. Das finde ich immer scheiße. Ja, egal. Hau drinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Not w千億 invested. �데, mans zähle und engagiert ihr vertran, wenn uns feine sch skipped. Tschau. Dann natürlich Valdezmann. Bis zum nächsten Mal hinter jullie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.